Hey! Kannst du das mal probieren ganz kurz? Kannst du das einfach mal probieren ganz kurz? Frag doch nicht so viel. Was ist das? Ist voll gut, was ist das? Ist gut, ne? Keine Ahnung, was ist das? Hast du irgendwas mit Wasser gemischt oder was? Ne, gib mir. Nein! Ja, was dann? Von... Von Kuh. Was? Von einer Kuh. Von wo Baby... Von wo Baby Kuh immer trinkt. Wo Baby immer trinkt. Was? Wie von Kuh? Von diesen vier Schlauchen. Wie bist du... Wie kommst du drauf? Ich geh jetzt, okay, weil du schimpfst. Egal, was ich mache, immer schimpfst du. Wohin gehst du überhaupt jetzt? Ich geh das bei Ziege probieren. Ich geh das bei Ziege probieren.